Aktie zum Einsturz, sie verliert heute rund 11%. Menschlichen Fehlern will in Klinia nun mit Digitalisierung Herr werden. Darum investieren wir im Moment sehr viel in Technologie, wir investieren, Stichwort Digitalisierung, wir investieren in die Aufrüstung unserer IT-Organisation, much entscheidend für die Zukunft. Ich bin überzeugt, unsere Industrie insgesamt wird durch ein riesiges Tsunami durchgehen. Die Technologie wird es Schielen ermöglichen, anders die Prozesse in den Griff zu bekommen und die, die die Prozesse in den Griff bekommen, die werden gewinnen.